Jetzt seht ihr schon, alles sieht alles aus. Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires. Nicht ein, es ist nur ein neues Spiel, sondern das gespeicherte von Steam War. Genau. Und ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings, The Age of Gamers. Mit 10x5.000 mehr, das ist... Wo ist meine britene Spelle? Ich glaube, da hat er unsere Rechte geschickt. Unten glaube ich. Rechte unten? Ah ja, da hat er gerade noch irgendwo gekämpft. Ah ja, das war schon... Äh, einfach weil ich jetzt erstmal diese rechte Ecke hier unten, wie man in der Karte sieht, ähm... Ich weiß gar nicht, ich habe gerade in der Kontrolle der Aufnahme geschaut, ob man den Maustein überhaupt sieht. Ach, das ist egal. Ähm, unten rechts sieht man auf jeden Fall die Karte und da hat jeder seine Ecke. Ich bin halt... Werden wir jetzt endlich aus der dunklen Zeit hier rauskommen? Ja, wollen wir doch mal sehen. Wie viel kostet das? Wollen wir doch mal sehen. Feudalzeit. 500, na, ich habe noch lange nicht. Aber den Webstuhl entwickeln kann ich. Hm, ja. Denn, äh, in der Entwicklung sollte man... Wird irgendwie was nicht... Nein, gut. Den Webstuhl, äh... Vielleicht sollte mal jemanden ausbauen. Wo gehen jetzt alle Fälle? Vielleicht jemand eine Mühle. Oh ja, Mühle, oh ja, warte, ähm, aber erst mal... Warte, warte, erst mal die Nahrung zum Beispiel bringen. So, jetzt. Dann hier, ne, der hat ja Holz gefällt, also... Ja, mal bitte. Der soll bitte hier erst mal ein Holzfelder landen, aber... So, und der hier, bevor der irgendwas macht, baut sich... Baut uns hier, ein bisschen Platz, brauche ich, ne? Äh, eine Mühle. Wegen Feldern, die man dann da rum baut kann, seid ihr mal leise da hinten, Max, Lila und Mario. Genau, und, äh, ich habe eine neue Idee, worüber wir vielleicht reden können, ähm, und zwar... Ich weiß nicht, ob Tötepi darüber reden will, deswegen frage ich ihn jetzt erst mal. Wie ist es, möchtet ihr über die Gefängnisse reden, die du früher... Das hatte ich eben vor, und ich habe nämlich... Ich habe nämlich aus Spaß immer so Gefängnisse, in Anführungszeichen, für die Dorfbewohner, die was Falsches gemacht haben. Weil die ja manchmal was Falsches machen. Und manchmal auch habe ich sie absichtlich was Falsches machen lassen, um sie dann einzusperren. Und, wie ich das gemacht habe, das wird das Zimmer euch gleich zeigen. Wenn wir in der Verdaltheit sind, gibt es nämlich etwas. Simo hat ja auch verwohlen, da sollte nicht nur das Feld machen, sondern auch... Oder macht ihr ja, macht ihr das automatisch? Ja, ist automatisch. Vielleicht sollte jemand doch ein Haus bauen. Ja, weil wir brauchen mehr, vor allem brauchen wir immer so langsam, auch so zu Anfang mal ein paar, ähm... Wir brauchen unbedingt schnell viel Holz. Ich gucke jetzt mal gleich. Der hat gerade zurückgebracht, bitte, stopp. Wie viel kostet ein Haus? Ach, ein Haus ist gar 30 Holz. Das ist ganz... Nein, das ist 64. Das ist ein Wohnblock. Ein 64er-Stack haben wir. 64er-Stack. So, das Holz natürlich immer... Also es ist immer so... Es gibt immer ein paar Vorräte, die am knappesten sind. Vor allem Leuten wir meinen. Genau. Also, wir sparen auf jeden Fall jetzt auch die 500 Nahrung, zwei Gebäude, genau, der dunkle Zeit. Also, ja, dann steht der nächste Weg, je schneller wir voranschreiten, desto besser, denn jetzt gibt es natürlich neue Sachen, die wir bauen können. Und zwar einen Wall und Tore. Und so habe ich mein Gefängnis gemacht, denn man kann auch Tore verschließen. Und, äh... Und Soldaten sollten wir auch mal wirklich ausbilden. Bum, 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 bum. So, dann kommt jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, ach, ich mache noch ein Haus. Wiegegen. Ah, wir haben nicht so viel Holz. Okay, äh, die macht dann weiter so zum Holz. Barmuchung. Dann werden wir, wie viel kostet ein? Sichter? Ähm, ja, vielleicht mal, ja, zwei kann ich, mehr kann ich eh. Ich möchte erstmal nicht mal... Ich möchte mal... Wie war nochmal der Ton, wenn ein Milizsoldat... Hm, ähm... Er schaffen wird? Ja. Ah, da. Oh, 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 oh. Hat ja noch genug gerade, hat noch genug zu tun. Du klarkst die Krille noch. Ja, das ist manchmal auch das Anklick-Problem, aber. Oh, Küstenfisch, gerade noch nur einen. Küstenfisch? Gibt es irgendjemanden? Küssender Fisch. Ich finde es gut, dass wenn niemand was... also wenn jemand niemand nicht zu tun hat so was so aber die können wir nicht aufstellen das ist noch alles ein bisschen dauert ja noch bis in der vorgabe sind ja das spiel ist ja ich finde ich jetzt seht ihr schon alles wir können sofort sie zum schwertkämpfer entwickeln doch doch ich gehe aufs Dorf die Konkurrenz schläft nicht schläft nicht wie können wir machen 3 also es wird noch besser mit den Rohstoffen wenn wir noch was anderes machen werden die dann immer weiter hier abwarten werden wir langsam mal so ein paar Wände bauen genau haben wir jetzt genug ich werde ganz kurz den auch in etwas weiterer Weise mal schicken wenn wir den jetzt verlieren das ist nicht so ein ganz großes Problem ja nur wir brauchen ein bisschen mehr Klarheit ich will erstmal zumindest bis zum nächsten Dorf das haben wir hier einen Decken anfangen Welle zu bauen und zwei Stein Welle jetzt müssen wir gucken ich denke mal die Rohstoffressourcen die bleiben außerhalb und das Dorf selbst aber du brauchst auch noch dort ist es nicht zu kleinen bauen aber auch nicht zu groß ich würde sagen die Mühle soll auf jeden Fall mit drin sein fangen wir mal hier an ja also muss ich dann gedrückt halten ja oh Mist okay ähm entfernt genau jetzt geht der da hin und dann stelle ich da hin und mach mit so wie macht man einen Dorfbewohner untätig ich würde sagen ich mach erstmal her ja aber dann ja und jetzt machst du drei weg und dann vier weg am besten und dann nimmst du einen Dorfbewohner vier waren die vier so groß ja ähm ja sammeln genau und was finde ich so schön also manchmal sieht es unausgefüllt aus es ist aber das ist nur die ich sehe ich ja ein wir haben hier so ein ähm aber warte die haben nichts zu tun dann können die ja mal Rehe wo sind denn die Rehe wo sind denn die Rehe wo sind denn die? da oben rechts war ich glaube oben links waren auch noch Rehe weiß nicht welche Rehe waren jetzt sind alle anderen zuvor da ich halt das freuen ich schon wusste bloß nicht dass die Konkurrent schläft nicht ne? das Rehschwein hätte ich jetzt schon fast gesagt wie gesagt die Konkurrent schläft nicht ein Wall oder ein zwei Wallstücke hinzufügen ähm also von daher müssen wir jetzt auch also es gibt eigentlich keine großen Brausen was können wir denn noch zu bauen? das ist ach der hat mal viel zu teuer ähm genau wir wollen jetzt mal wir klicken jetzt einfach mal ich klicke jetzt einfach um nur um zu gucken genau wir haben Marktplatz, Schmiede, also wir brauchen echt viel noch ja warte es gibt ja noch eine zweite Seite bau mal einen Beobachtungstürme bau mal einen Beobachtungsturm äh an die Mauer direkt warte den hier warum weil die andere hatte gerade wieder angefangen ähm dann würde ich sagen innerhalb der Mauer der Schiffskotter kam von der Richtung ne ich mach es einfach mal hier an ganz schön werden hier es gibt nämlich auch Transportschiffe später die Personen und siehst du es ist voll ausgefüllt und wenn wir jetzt wenn wir jetzt den hier nehmen genau und das ist das Problem der sollte jetzt am besten hier anfangen sonst kommen sie die ganze Zeit in die Quere und wenn wir jetzt irgendeinen durchs Tor schicken öffnet sich das automatisch das können wir allerdings noch verschließen wenn allerdings ein Gegnerrichter kommt der kann da nicht einfach so durch genau also und verschließen können wir es dass wir teilweise nicht einfach machen was wir wollen und äh also ja okay wir schauen auch teilweise nur durch wie ich jetzt mit meinem hier wenn wir eingriffen werden kriegen wir auch ein Wahnsinn nein das ist keine weite Reise sag dir mal ich hier ja von mir ist auch da ähm das haben wir Schlaf gefunden wo haben wir den Schlaf gefunden ach so die kann ich dann nämlich eine Reliquie Reliquie okay ähm jetzt gibt es eine Sache zu tun wir müssen diesen Dorfbewohner nehmen und einen Weinroman da gibt es erstmal gar nichts ich versuche nicht so viele Ressourcen wahrscheinlich mach ich einfach es muss schnell gehen wo ach von hier unten ohja äh wie gesagt unser Britner Speer ist uns glaube ich nicht so wichtig trotzdem schon ein bisschen aber ich glaube wir kriegen den wir kriegen den nein unser Britner Speer wird sterben nein wir kriegen den wir kriegen den wir kriegen den und das ist das Dorf wir haben das Dorf gewonnen da kommt ein grüner ich wollte jetzt gar nicht sagen also nicht den grünen sondern das Gebäude von hier aus ich meine das ist ein gelbes Ding oh hier oben kommt was da kommt jemand ach okay dann lass das Problem äh die sollen nicht bitte einmal unten sicherlich ist da unten also ich würde sagen da weg lass die mal wo dann? nein nein nicht sonst wird ja auch stopp wie kriegt man das denn nun mal dass man die ach das muss man glaube ich in in der Paserne einstellen ne dass die da passiv bleiben ähm nein nein ich glaube du ah fällt äh du kannst jetzt damit und dann rechts klicken und dann mach ich gleich neues warte die wo sind die Soldaten äh die wollte ich eigentlich zuerst mal zum Dorf schicken und da solltest du dann auch ein Tor reinmachen ähm da die Soldaten ähm zieh sie mal das ne dann das ähm ähm ich glaube die greifen nicht immer unbedingt an okay ähm warum erstmal den Wald ne das Tor ist also das ist schon immer von Anfang an direkt spannend kann ich sagen okay wartet ihr hier wo ist denn die beiden genau die sollen jetzt einmal bitte und dann weil wir sehen ja wie schnell unser ähm Dorf noch angegriffen werden kann ne ja lass uns mal zu dem da unten ja wir müssen ein bisschen überwachen immer und jetzt warum solltest du immer da rein äh ich hab das immer gemacht und dann immer auf dieses Pfeilchen ähm nein nicht die äh die sollen doch bitte ihren Weih weiterbauen äh ich versteh mal TNT oder was die äh der hier soll da weiterbauen weil ich hoffe das ist nicht zu dumm dass er sich jetzt dazu baut und dann zu dumm ist durchs Tor zu gehen und dann weil ähm ich weiß ja nicht komm hier unten am besten noch ein Tor hin mit der ich weiß ja nicht ob jetzt alle das äh Ziel des Spiels genau kennen ich weiß nicht ähm ach wie ist das hier ab ähm Moment dann ja die Bären sind weg dann erstmal weiterbauen ja der Wald ist erstmal finde ich sehr wichtig dass wir erstmal so wir brauchen mehr Soldaten wir können die zwei machen vielleicht brauchst du auch einen Pferdestall ähm ich mach erstmal zwei ja damit wir erstmal ein bisschen verteidigt sind ähm ja bist du bist du bist du ja ähm wenn er dann hat er ja ich meine zufälliger seht ihr ja ich hab jetzt auch nichts mit hier zu tun dann dann baut jetzt am besten mal nein der ist doch ne der nicht der nicht so ähm die drei genau äh die ist auch ausgewählt die soll aber auch nicht die hat der Wald so das wird jetzt direkt drauf gegangen ähm achso hm bis bis zum Hafen keine Sorge da wird kein Doppelturm entstehen ja und ja und dann muss gleich in den Tor nein ich dachte ich dachte eigentlich komplett durch bis aufs Wasser so ja das geht auch äh das ist nicht das weiteste was geht nimm dir eine raus nimm dir eine raus einfach auf eine kleine Oh doch ich würde schon sagen ins Wasser rein also ist ja hier auch im ... aber jetzt ist der wegen dem Holzfäller ja dann machen wir gleich schon umfälliger warum fangen die da an na ok wenn sie unbedingt wollen ähm haben wir dann bräuchten wir da oben und der hätte wir dort gewonnen ja oh gut dann ähm Ach, ist das der, der gerade da unten gebaut hat? Ne, der habe ich gerade zum Feld geschickt. Das ist ja am knappensten. Bauen wir nochmal eine Mauer oben hin. Ganz oben. Ach so. Du willst ja komplett geschützt sein, ja. Ja, das hätte ich mit denen eigentlich gemacht. So reicht es. Nein, ich gehe eins runter. Ja, so, das reicht. Und jetzt nach links, so weit es geht. Ach so, ja, wir sind ja der. Gut, wir haben hier unser... Irgendwo braucht man irgendwas noch. Ich mache das einfach mal. Ja. Genau, wir wollen uns weiterentwickeln. Das erhöht nämlich teilweise Produktivität. So. Das ist, du wolltest dich weiterentwickeln. Ach so. Da, da, da. Da, 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 da. 10 mal 5000. Darf ich zu? 10 mal 5000 und 1 entwickeln. Die entwickelt mich. 10 mal 5000 und 1, das ist, das ist, das ist gut. Du solltest jetzt endlich mal, ja, die baut jetzt einen Pferdestall endlich mal. Genau, den meint ich, wollte ich gerade bauen. Ähm, ja, Ruf 1. Oh, mh, ja, Stall, Mann. Ähm. Setz ihn da oben links schon um die Ecke. Das ist ja perfekt, wie eine Faust aus der Baugel. Ja, soll ja auch. Also, und dann, ab dann heiße ich wieder erstmal, ähm, dich paar rausnehmen und, ähm, dann, ähm, den Rest halt einfach weiter Rohstoffe machen. Ja, was können wir nicht bauen? Vielleicht ein Bogenschützendings? Ja, ich weiß nicht, wie man hier, ähm, einstehen kann. Lass dir einfach, lass dir einfach vorne hingehen. Was? Stopp, stopp. Ja, bitte. Aber du weißt ja noch, was ich meine, ne? Ich weiß ganz genau, was du machen. Aber jetzt. So, den weiß ich auch. Boah. Haben wir denn hier Schießanlage. Schießanlage. Die baust du jetzt auch mal ganz oben links, direkt neben den Pferdestall. Ja. So, und dann mach ich noch mal ein paar Oberfangstürme, weil der hier reichen, anscheinend nicht. So, haben wir jetzt eigentlich alles. Wir haben jetzt, okay, die beiden sind untätig. Ich spiel mal selbst durch. Sonst haben wir eigentlich, doch, den noch, genau. Ähm. Ähm, der muss noch da bauen. Der ist so doof dazu. Dann warte dann. Ich spiel mal, und dann. Ja, der muss jetzt, seht ihr, wie dumm der ist. Solche Leute habe ich früher immer ins Gefängnis. Jetzt haben wir am wenigsten Holz immer noch. Und da ist ja ein Holz von der Leune. Ja, genau. Schießanlage gebaut. Jetzt solltest du mal so einen Krieger, äh, nein, erstmal ein Haus bauen. Beoberst du das dann erstmal? Oder nicht eher ein Haus? Damit die erstmal hier ein bisschen ein Band bauen. Das ist unsere. Ach, genau. Die gehen auch automatisch zu den Nächsten. Also hier ist auf jeden Fall, ähm, die Reliquie. Und da unten ist... Genau, da kriegt man, glaube ich, ständig Gold, ne? Ja, und mit, glaube ich, allen Vieren oder Fünchen kann man das Spiel gewinnen. Auch gewinnen. Also es gibt ganz viele verschiedene Milche. Ähm, das ist das Gelbe, da ist auch was... Nein, das ist das Grüne. Das ist Grüne. Das ist Gold. Ja. Also das ist hier das Grüne doch. Ja, ich spiele, wie gesagt, sonst immer mit offenen Karten, was mir eigentlich früher Spaß gemacht hat. Aber wir wollen hier richtig spielen. Äh, was? Ich schaue mal nach, was für so, ähm... Ähm, aus dem Postenheim, äh, Steinwerb-Rosen-Zurm vor. Ähm... Haus bauen, Haus bauen, Haus bauen. Ah, gut. Dann können wir auch mal Schieß... Also Schießbudenkrieger erschaffen. Schießbudenkrieger? Ja, jetzt heißt er Schießbudenkrieger, also so sag ich Schießbudenkrieger. Und... Und dann auch mal so... Schießbudenkrieger. Ja, Max. Und dann können wir auch mal einen berittenen Speer... wiederentwickeln. Ja, wir müssen noch ein bisschen fortschreiten und ein paar... Siehste? Also seht ihr, jetzt habe ich das auch schon so gesagt. Siehste? Ja, aber dein Siehste passt mir ja zu meins. Ähm... Gut. Ich mach noch mal raus. So. Oh nein! Ich sehe gerade auf die und merke, wie schon in ein, ein Viertelstunde kommt. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, neunter Stoffel, zweit voll. Ab heute für die Masse. Ah! In zwei, in ein Viertelstunden kommt. Ich bin ein Zwar, äh, ich bin ein Zwar, ich bin ein Star, holt... Ich mach mal, ähm, zwei oder drei Stück davon. Ja, ja, und dann Flaggen. Tu sie doch einfach zu den Kigeln. Und dann wollen wir jetzt noch ein paar... hm, Bugenschützen, ja. Oho. Können wir jetzt noch drei machen, ne? Ich kann nicht, aber die, nee. Ich verlinke nicht, meine Kistflagge. Wir haben ja noch mehr, ähm, äh, wir haben ja noch mehr Kapazität, weil das Haus fertig ist. Und vielleicht sollten wir jetzt mal in der Schmiede was machen. Also erstmal kriege ich sie ein bisschen zur Arbeit. Und da oben reicht es mal noch eine. Und jetzt kann ich zum Dorf und dann Steuern, ne? Schäme? Und die bitte, die machen jetzt einfach, glaube ich, kann man sich um... Das Gold. Ja, Gold haben wir im Moment am wenigsten. Okay. Äh, nö, Holz. Aber was soll's? Die sollten eher Holz machen. Warum? Warum dauert Holz eigentlich so lange? Äh, keine Ahnung. Nein, 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 das dauert nicht so lange. Wir verbrauchen nur einfach unbewusst viel. Ja, aber du hast eben recht gehabt mit, ähm, die Folge ist ziemlich lang. Von daher, leider... Auch wenn wir schon so produktiv sind, werden wir es halt fänden müssen. Müssen wir. Hm, macht ihr ja nicht. Okay. Vielleicht schon nochmal nach Untertiteln durchgekommen. Alle sind ausgeschöpft. Ähm, die sind doof. Aber die haben was zu tun, deswegen. Warte, bitte kurz. Ja. Die haben Holz. Dann können die wieder gleich hier hin. Ja, und dann muss man wirklich... Warte, 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 warte. Ich bin jetzt ungefähr die Folge, weil es so Spaß macht. Mach mal ganz kurz. Okay, jetzt machen wir es. Nein, nicht das. Hm. Ja. Ähm. Oder das andere? Warte. Wir haben jetzt eigentlich alle... Äh, die schiebe ich kurz zum Holz wieder. Vielleicht... Warte, 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 warte. Vielleicht noch einen Holzfäderleiter bauen. Noch einen? Innerhalb, weil die wollten zu dem hier gehen, weil das näher dran ist. Ja, ich lasse hier drin jetzt gar nicht mehr machen. Ich lasse hier. Gut, ähm... Was bleibt mir anders sagen, das ist der nächsten Part. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.